Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Learn. In diesem Video geht es um die Wechselschaltung, also um die Funktion der Wechselschaltung. Hierzu nutze ich wieder FluidSIM und habe hier mal eine Wechselschaltung aufgebaut. Und ich kann damit diese Schaltung simulieren und den Stromfluss anzeigen lassen. Genau das würde ich ganz gerne machen. Ich habe hier zwei Schalter, Q1 und Q2. Das sind also die beiden Wechselschalter, die sind an unterschiedlichen Orten. Das heißt, ich habe hier zwei Schaltstellen und meistens sind die irgendwie neben Türen. Also einer ist neben der einen Türen, der andere ist neben der anderen Türen. Ich kann dann irgendwie durch den Raum durchgehen und kann durch eine andere Tür rein und durch die andere wieder raus oder umgekehrt. Und ich habe hier drei Lampen, also drei Leuchten um den Zahn, also ein Leuchtenband. Das gilt aber natürlich auch für eine Leuchte. Und wenn ich jetzt hier mal die Simulation starte, dann sieht man den Stromfluss. Also bei den beiden Wechselschaltern werden quasi die Ausgänge der beiden Wechselschalter ja miteinander verbunden. Das nennt man dann Korrespondierende zu beiden Leitungen, weil die ja miteinander korrespondieren. Und ihr seht, in diesem Zustand fließt der Strom, also 230 Volt von L1 zu N angelegt. Und es fließt dann ein Strom über den Seite des Schalters, hier runter, über den Schalter und kann dann eine Leuchte oder ein Leuchtenband anmachen. So, aber jetzt zu der Funktion der Wechselschaltung. Ich kann also bei Tür 1 den einen Schalter betätigen, dann geht das Licht aus. Denn, jetzt ist dieser Stromkreis hier unterbrochen, hier unten. Und ich kann an einem anderen Schalter, an der zweiten Tür, das Licht aber auch wieder anmachen. Ich kann natürlich auch an der selben Tür das Licht wieder ausmachen. Aber wenn ich das hier angemacht habe, kann ich es auch hier oben wieder ausmachen. Und ich kann es hier wieder anmachen und so weiter. Also, ich gehe mal davon aus, so ist der Zustand, stellt euch vor, Tür 1, ihr geht durch Tür 1 rein, Raum ist dunkel, ihr drückt den Wechselschalter. Licht geht an. Dann geht ihr durch den Raum durch, zur zweiten Tür. Und hinten bei der zweiten Tür sagt ihr, Licht muss ja nicht die ganze Nacht anbleiben, mach Licht wieder aus. Jetzt kommt ihr in den nächsten Morgen durch die eine Tür wieder rein. Nehmen wir mal wieder dieselbe Tür, wo ihr da vorher auch reingekommen seid. Und ihr wollt Licht wieder anmachen, macht ihr Licht wieder an. Geht durch den Raum durch, geht zur anderen Seite, macht Licht wieder aus. Also ihr seht, durch diese beiden Korrespondierenden hier, habe ich die Möglichkeit immer den linken oder den rechten Stromkreis quasi zu nutzen, in dieser Darstellung. Und habe dann die Möglichkeit von zwei Schaltstellen aus, jetzt fasse ich das wieder zusammen, von zwei Schaltstellen aus, kann ich eine Leuchte oder ein Leuchtenband anmachen. Also zwei unterschiedliche Schalter und einmal eine Leuchte oder ein Leuchtenband. Ja, das soll es für die Funktion der Wechselschaltung auch schon gewesen sein. Ich hoffe es hat euch gefallen und ihr schaut mal wieder rein. Dann gucken wir mal wieder rein.